Die Hauswirtschaft Viele von euch denken vielleicht, bei der Hauswirtschaft geht es nur ums Putzen. Das stimmt natürlich nicht. Die Hauswirtschaft Moment mal Und damit herzlich willkommen zu Inside BBW oder wie ich zu sagen pflege, BBW Winden von Innenden. Die Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft besteht aus den Themengebieten Herstellung von Speisen und Getränken, Service, Wäschepflege, Reinigung und Gestaltung. Bis zur Zwischenprüfung in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres werden diese Themen alle gleich stark behandelt. Danach entscheiden sich die Jugendlichen für einen der zwei möglichen Schwerpunkte. Hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen oder Hauswirtschaftliche Betreuungsleistungen. Bei den Betreuungsleistungen haben die Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter verstärkt mit Kunden zu tun. Aber auch bei den Versorgungsleistungen handelt es sich um einen klassischen Dienstleistungsberuf. Deshalb eignet sich die Ausbildung besonders für Jugendliche, die Spaß daran haben, mit und für andere Menschen zu arbeiten. Da man viel im Team arbeitet und häufig Kontakt zu Gästen hat, ist Kommunikation sehr wichtig. Dies kann durch die häufigen Serviceeinsätze während der gesamten Ausbildung ausführlich geübt werden. Bei der Durchführung von Veranstaltungen im Berufsbildungswerk ist die Hauswirtschaft für die Planung der Bewertung, die Gestaltung und Bedienung sowie für die Zubereitung kleinerer Speisen zuständig. Sauberkeit und Hygiene spielen in der Hauswirtschaft eine besonders große Rolle. Das heißt aber nicht, dass sich bei der Hauswirtschaft alles ausschließlich um Reinigung dreht. Sie ist noch viel mehr und durchaus auch ein Berufsfeld für kreative Köpfe. Hier ist es möglich, eigene Ideen einzubringen und aktuelle Trends in die Arbeit mit aufzunehmen. Mehr Infos gibt es natürlich im Netz, per Mail oder Telefon. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Inside BBW. Oder wie ich zu sagen pflege, BBW Winenden von Innenden. Nichts. Ich bin jetzt noch immer wieder an, wenn man das nicht braucht. Ich bin jetzt noch einmal ein Buch für das Neur im. Ich bin jetzt noch eine Liebe und eine Lose in die Welt von Schleifungen. Ich bin jetzt schon mal ein Häuser, per Zapflege.